hallo zusammen ich grüße euch im namen des herrn joshua maschia halleluja willkommen zu unserer sendung die stunde der wahrheit in der stunde der wahrheit geht es um joshua maschia unser herr und unser elohim herr ich preise deinen namen danke joshua maschia für diesen moment danke herr dass hast du dich also um uns kümmert herr du sorgst für uns joshua danke für deine liebe danke für deine gnade joshua maschia dass wir zu dir kommen dürfen herr du der allmächtige elwi wir preisen und loben deinen namen amen so liebe geschwister noch mal willkommen zu unserer sendung die stunde der wahrheit ich bin leider nicht dazu die letzte zeit gekommen und ein live sendung zu machen also live zu übertragen und heute nehme ich es einfach so auf und dann werden wir für die nächsten also nächstes mal mal so eine live sendung haben amen so ich habe ich hatte also ich habe also ein thema da hatten wir das letzte mal in unserer versammlung in am freitag also in unser auskreis hatten wir uns zwar mit dem thema beschäftigt und deswegen habe ich fand das also so interessant dass ich einfach ja mich entschieden habe dass auch in diese sendung hier zu bringen halleluja aber bevor wir genau in diese thema reinkommen möchte ich also die geschwister in ganz also in deutschland überall diese welt das ermutigen das wort des herrn zu tun halleluja zu erkennen dass unser herr joshua maschia kommt und er kommt für seine gemeinde er wird seine gemeinde er wird seine gemeinde holen natürlich gibt es also viele leute die nicht mal daran glauben aber unser herr hat uns gesagt dass wir das wort trotzdem weiter predigen weiter verkündigen das evangelium diese diese botschaft dass unser herr der herr ist und dass er unser retter ist alleluja ich möchte damit mit dem gespräch also ich hatte so ein gespräch mit einem bruder der sagte ein fahrer erklärte ja dass wir christen dass also in diesem in dem gespräch haben wir festgestellt dass das viele von uns wir wie diskutieren wir haben also viele es gibt also viele probleme in einzelne gemeinde die man also unbedingt klären soll und so obwohl es viel 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 für den herrn zu tun gibt halleluja und deswegen möchte ich also uns alle wirklich ermutigen in dem wort zu bleiben das sagen wir immer hier in dieser sendung also auf unserer seite da zurück zum wort heißt also zurück zu joshua maschia aber manchmal begreifen wir nicht wie tief also dass die die tiefere bedeutung die tiefere bedeutung von von dieser von der botschaft also zurück zum wort also das ist genau das evangelium es ist keine neue botschaft das ist was der herr der herr einfach sagt joshua ist der weg joshua ist die wahrheit joshua ist das leben joshua sagt also wer an mich glaubt also wird gerettet sein es geht um joshua es geht um jesus christus joshua maschia keine bestimmte konfession oder keine bestimmte gruppierung organisation vereinen nein 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 nur joshua maschia halleluja so wie fange ich denn an nehmen wir mal also die bibel und der bibel in in matthäus kapitel 9 ja bevor ich das lese ich lasse mich einfach leiten trotz das thema was ich also im kopf also geister im kopf da habe wir hatten ähm ein treffen hier in ähm in regensburg ähm christliches erweckung treffen es gab sogar so eine live übertragung ähm was viele leute also nicht äh gesehen hatten also weil wir also früher aufgehört hatten der herr hatte uns also wirklich äh überrascht da sind da gab es also zwei leute gab es also leute die ähm die wurden also getauft halleluja ähm zwei jünger leute und und dann haben wir uns also alle in die augen geschaut haben gesagt der halleluja joshua maschia das ist es lohnt sich also einfach solche treffen auch zu haben weil ähm wir immer wieder überrascht werden halleluja leute haben sich getauft und so und äh ich danke joshua maschia dafür amen so nehmen wir die bibel in matthäus kapitel 9 ähm matthäus kapitel 9 äh wie ach matthäus 9 ich bin schon auf matthäus aber ich muss mich hier halleluja matthäus kapitel 9 bitte 9 ich gehe mal ganz unten das ist sind die verse also matthäus kapitel 9 vers 36 halleluja herr danke für dein wort leite mich und führe mich preise dein name joshua maschia halleluja amen so kapitel 9 vers 36 da steht als er aber die menschenmengen sah war er für sie von mitleid bewegt weil sie erschöpft und niedergeschlagen waren wie schafe die keinen hirten haben halleluja halleluja manchmal die musik weg halleluja dann spricht er zu seinen jüngern die ernte ist zwar groß aber es sind wenige arbeiter bietet also den herrn der ernte arbeiter zu seine ernte aus zu senden halleluja also unser herr sagt dass wir beten sollen beten dass das 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 arbeiter in seine ernte kommen was meinte er hier also dass die ernte ist zwar groß also er hatte also menschenmenge gesehen und er sagt also diese menschenmenge sie waren also wie diese menschenmenge war erschöpft und niedergeschlagen und die waren niedergeschlagen und die waren wie schafe die keinen hirten haben obwohl es also ein hirte ist also der hirte ist der gute hirte ist also joshua maschia wie das in johannes kapitel kapitel 10 also wie das dort geschildert ist es gibt also hier es gibt also die gute hirte es gibt also die gute hirte und das ist der herr aber hier sagte die sind also wie schafe die keinen hirten haben die sind also müde erschöpft und niedergeschlagen und diese ernte also die ernte ist also zwar groß es ist groß aber es gibt weniger arbeiter es gibt weniger leute die da drin also arbeiten und der herr sagt also wir sollen beten damit damit arbeiter kommen in dem gespräch also mit dem mit dem bruder da haben wir ähm festgestellt ja es gibt wahnsinn 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 viel zu tun viele leute warten einfach dass ähm viele leute warten dass also wollen diese wahrheit erfahren es gibt die die leute es gibt viel zu tun viel wirklich viel viel zu tun aber wir werden also mit also einige leute fragen sich sogar ja was soll ich denn tun was kann ich denn also für den herrn tun ich weiß es nicht weil jeder einfach denkt okay wenn es also um den herrn zu dienen es geht es geht es geht um ein mikrofon zu nehmen und dann zu predigen oder irgendwo hin zu gehen und dann das wort geben und so weiter heute früh als ich also mit ich habe mich also wir haben also unsere treffen also hier zu hause mit mit meiner familie haben wir in matthäus kapitel 25 was gelesen die ganz die 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 geschichte da in matthäus 25 wo joshua einfach erklärt dass am ende am ende wird er kommen also wie ein richter er wird also die menschen richten und die 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 böcken und die schafe werden also irgendwie gerichtet die schafe also die 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 kinder des herrn also die die den herrn angenommen haben wir können das vielleicht also nehmen das ist in matthäus 25 halleluja matthäus 25 ich will nicht also die ganze geschichte komplett also lesen das ist also ein vers ab vers 31 und wenn der menschensohn in seine herrlichkeit kommen wird und alle heiligen engel mit ihm dann wird er sich auf den thron seine herrlichkeit setzen und vor ihm werden alle nationen versammelt werden und wie und er wird sie voneinander trennen wie die hirte liebe geschwister wie die hirte schafe von den böcken trennt also er sagte also in matthäus kapitel 9 haben wir gelesen sagt er so die diese diese schafe sind wie sie sind also wie die niedergeschlagen und müde und ohne ohne hirte hier wird er einfach die böcken von der schafe trennen und und die die schafen werden also auf der rechten seite gestellt und die böcken das auf der linken seite und dann wird er wieder sie alle richten dann wird der könig zu den vers 34 dann wird der könig zu denen zu seiner rechten sagen kommt herr gesegnete gesegnete meines vaters erbt das reich das für euch seit grundlegung der welt vorbereitet ist und dann sagte denn ich hatte hunger liebe geschwister er sagte denn ich hatte hunger es geht nicht so denn ihr habt ihr habt so gut gepredigt nein er sagt denn ich hatte hunger und ihr gab mir zu essen ich hatte durst und ihr gab mir zu trinken ich war ein fremder und ihr nahm mich auf vers 36 ich war nackt und ich war ihr bekleidet mich ich war krank und ihr besuchtet mich ich war im gefängnis und ihr kam zu mir ja auch geht dann geht es also weiter die 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 schafe da die wenn also all die sagen also alle herr wann haben wir das überhaupt getan denn das kann nicht sein und daher sagt dann war jedes mal wenn ihr das also für eine meine jünger für viele kleine da gemacht hat habt ihr das zu mir getan alleluja und 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 dann stellen wir einfach fest es gibt zu tun liebe geschwister es gibt wirklich zu tun es geht nicht nur darum also dass man also irgendwo hingeht also prädigt oder macht das eine aufnahme youtube oder nein nicht alle werden unbedingt ein mikrofon nehmen irgendwo hingehen und etwas und und ja nee das ist die waren sogar selber überrascht wie sie den herrn gedient hatten die waren selber überrascht was haben wann haben wir das überhaupt getan wir sind also deine schafe was und wann haben wir das getan der herr sagte als ihr jedes mal wenn ihr das und das und das für meine leute für die leute getan haben habt ihr hat mir habt ihr das auch zu mir getan alleluja es geht hier um das wort des herrn zu tun es geht einfach zu leben wie unser herr es von uns verlangt alleluja es gibt viel zu tun liebe geschwister viel zu tun einmal hatte ich also jemand hatte mich also da angerufen und wir haben also ja da gibt es ab und zu mal leute die rufen die telefonnummer so von von den vereinen also zurück zum wort ja und dann steht ein paar fragen diskutieren diese person hatte viel wissen viel kannte viele sachen viele dinge ja so ich habe diese bücher gelesen ich habe das ich kenne das ich kenne das ich kenne so viel ja und man konnte einfach eine sogenannte verwirrung sogar in seinen in seine rede feststellen weil die person so viel wusste so viel wusste so viel wusste dann habe ich ihm gesagt ja aber das ist wirklich ich weiß okay du kennst so viele dinge so viel aber wir sagen zurück zum wort zurück zu joshua maschia es geht darum also eine feste beziehung mit dem herrn aufzubauen und zu tun was er uns sagt natürlich sind wir nicht perfekt natürlich haben wir die perfektion noch nicht erreicht also wie 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 natürlich gibt es also ab und zu mal fehler aber das dass wir mit dem herrn gehen zeigt er uns immer wieder wie wir in der heiligung leben sollen wie wir uns also in dieser beziehung also verbessern sollen wie wir weiter mit ihm gehen sollen halleluja ich habe ihm gesagt das ist ich will im himmel ich will ewiges leben mit joshua maschia haben das ist also was mich interessiert ja die das wissen diese erkenntnisse das ist gut viel zu wissen ist auch gut aber das wichtigste ist diese beziehung mit dem herrn beziehung mit joshua maschia aufbauen halleluja joshua sagte die ernte das ist groß meine liebe geschwister es gibt so viel zu tun aber es gibt trotzdem kämpfe in der gemeinde der da ist der pastor nein ich bin der bischof nein ich habe so viel so viele gaben oder so ich habe so viele menschen in meiner gemeinde oder in meiner gruppe ich kenne so viele leute ich kenne das ich kenne diese liebe verse noch mehr verse es gibt so viel zu tun liebe geschwister warum sollen wir also so viel zeit mit diesen dingen da überhaupt verbringen statt das wort des herrn zu tun statt die wahrheit weiter zu geben die liebe von joshua maschia weiter zu geben joshua sagte wenn ihr das also zu einem tut habt ihr das auch zu mir getan es gibt leute die durst haben es gibt die die nicht zum essen haben es gibt die die nackt sind es gibt die die nicht zum essen haben es gibt die die im gefängnis und erwarten dass sie ja so ein wort bekommen es gibt kollegen von dir die ja so ein wort von dem herrn erwarten es gibt freunde es gibt familienmitglieder die nur und ein gebet erwarten die viel zu tun liebe geschwister viel zu tun und dann sagt also unser herr die ernte ist groß aber es gibt wenig arbeiter es gibt wenig arbeiter liebe geschwister wir müssen aufpassen wir müssen wirklich 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 aufpassen weil erst mal am feiertag gabten wir oder ich erzähle kurz mal das auf was ich war mit einem bruder haben wir wieder ausgeht also uns also ermutigt halleluja ich trinke mal was so die ernte ist groß also wenn man also von ernte spricht haben wir gesagt ja was du das ist wie ein ackerland und meistens sieht man nur die leute die die auf dem feld arbeiten das sieht man also die die sind der arbeit arbeiter arbeiten auf dem feld boom und wenn leute vorbeigehen dann sehen sie wow die arbeiten so viel es ist wie zum beispiel die 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 leute die die immer predigen oder die die viel also einmal vorne von eine bestimmte vision oder bestimmtes die werden also so von dem herrn benutzt beten für die leute kranken sind geheilt dämonen sind ausgetrieben werden ausgetrieben und derjenige der da vorne predigt alle leute schauen auf diese person und sagen wow der arbeitet ja natürlich arbeitet er aber es gibt viele sachen die wir einfach vergessen liebe geschwister alle wollen genauso wie diese person die da vorne steht oder diese person der gerade predigt oder der macht also youtube leere blablabla wollen genauso sehen oder genauso dämonen austreiben genauso viel viel genau wie diese person und wissen nicht also dass die person also eine bestimmte fähigkeit gabe oder so bekommen hat für diese arbeit aber es gibt die die auch andere arbeit andere fähigkeiten bekommen haben und die bleiben da und bleiben als zuschauer denken ja okay das ist nicht für mich also na ich habe damit nichts zu tun oder ich habe nur wenig bekommen ich darf da nicht jeder soll einfach das werk des herrn tun wie den herrn es gibt alleluja auf dem feld wenn man also zum beispiel die man sieht dass auf dem feld leute arbeiten so an ackerland die arbeiten wie zum beispiel da sieht man also die die arbeiter da also in dem gespräch mit dem bruder habe ich gesagt ja weißt du da gibt es so dinge die wir einfach vergessen diese leute die gerade arbeiten während sie auf dem feld die geschwister hört zu hört bitte zu da gibt es geschwister da gibt es arbeiter auf dem feld wenn die müde werden die werden doch wasser verlangen wenn sie also ihre pause machen kommen raus die wollen was trinken da gibt es noch leute die wasser geholt haben und geben also die 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 leute die auf dem feld waren also die trinken wenn die fertig also von dem von dem die die kommen also aus dem feld die haben vielleicht also hunger die haben vielleicht die wollen die haben durst wollen was trinken was wir einfach vergessen ist einfach dass es trotzdem noch andere leute die auch im hintergrund arbeiten holen das wasser es gibt die die vielleicht für sie kochen es gibt die die das essen wie sagt man das also irgendwie gekauft haben es gibt die die auch vielleicht also für für die vorbereitung dieses essen also damit man für das geld für den für den für den kauf also diese das essen auch gespendet haben alle haben teil an diese aber dann diese ernte die sind alle teil davon wenn wir vorsetzen owo wo 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 а J mantener часов Matthäus Kapitel 25, Abvers 14. Das ist genau so, was wir letztes Mal in unserem Treffen gelesen hatten. Liebe Geschwister, es ist so wie eine Offenbarung. Natürlich gibt es Leute, die das schon mal verstanden haben. Aber unser Herr bringt sowas immer wieder, damit wir einfach verstehen, wo wir sind. Halleluja. Vers 14. Denn es ist so wie ein Mensch, der in ein fremdes Land reiste. Seine eigenen Sklaven rief und ihnen sein Hab und Gut übergab. Und er gab einem fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, jedem nach seiner eigenen Fähigkeit. Und sofort reiste er in ein fremdes Land. Halleluja. Liebe Geschwister, diese Arbeiter, diese Sklaven, diese Diener hatten Hab und Gut von ihren Meistern, von ihren Herren bekommen. Und einer hatte fünf Talente. Ihr müsst also einfach verstehen, dass dieser Begriff Talente hier, war früher sowas wie eine Gewichteinheit. Also einfach wie eine Währung. Also einfach Geld. Und natürlich, also heutzutage, also in den sechsten Jahrhunderten, hatten sie das als Geld, aber mit der Zeit ist es gewachsen, dass wir heute Talent, wenn wir Talent besagen, also jemand hat so ein Talent, hat so eine bestimmte Fähigkeit, bestimmte Dinge zu tun. Aber hier ist es einfach Geld. Halleluja. Die haben was bekommen von ihrem Herrn. Eine hatte fünf, der andere zwei und der andere noch eins. Und die Bibel sagt ganz klar, Joshua, das ist unser Herr. Nicht, also, es ist unser Herr, nicht jemand anderes. Unser Herr hatte diese Lehre gegeben, liebe Geschwister. Fünf Talente. Zwei, eins. Und alle hatten da jedem nach seiner eigenen Fähigkeit. Du hast fünf. Einer hat also zwei, der andere also eins. Derjenige, der eins bekommen hat, warum wirst du unbedingt fünf haben, obwohl du deine Talente nach deiner Fähigkeit bekommen hast? Was bringt überhaupt diese ganzen Kämpfe und so weiter in viele Gemeinden, viele christlichen Versammlungen? Die Leute wollen, ich will genauso wie der da sein. Aber du willst genauso wie er sein? Oder sag einfach, ich will dem Herrn folgen wie er. Aber was er hat, kannst du das tragen? Kannst du diese Last haben? Weil diese Last wurde einfach durch die Fähigkeit gegeben. Diese Talenten hatten also mit Fähigkeiten und Kapazität, also mit Fähigkeiten zu tun. Du bist also auf diese Welt gekommen. Von dem Herrn bist du also Christ geworden. Von dem Herrn hast du vielleicht also zwei Talente bekommen, aber du bist unbedingt also fünf. Oder du hast zwei bekommen, aber du lebst genauso wie jemand, der eins bekommen hat. Liebe Geschwister, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Deswegen sagen wir zurück zum Wort. Zurück zu Jehoshua Mashiach. Weil er der Herr ist. Er ist der Herr. Er gibt, wie er will. In 1. Korinther, ich glaube, 1. Korinther Kapitel 14 steht dort, also die ganzen Gaben, der Heilige Geist gibt die Gaben, die Gaben empfangen, wie der Geist des Herrn es gibt. Halleluja. Wir entscheiden nicht, also welche Gaben, welche Talente oder sowas wir bekommen. Nein. Unser Herr legt das schon also in uns. Er gibt das schon. Die Fähigkeiten. Kein Wunder, dass viele Leute, die einfach die Fähigkeit von eins hatten, von einem Talent hatten, gestorben sind, also weil sie unbedingt die Talenten von einer der, also die Fähigkeiten von jemandem, der fünf hatte, genommen hatten. Die wollten das kopieren. Die wollten das also nehmen. Und dann sind sie gestorben. Vers 16, derjenige aber, der die fünf Talente erfangen hatte, ging und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf Talente. Könnt ihr euch vorstellen, er hat fünf, gemäß seiner Fähigkeit und gemäß nach seiner Fähigkeit hat er genau die fünf bekommen. Er hat damit gehandelt, er hat damit gearbeitet und hat fünf bekommen. Nicht sechs, nicht sieben, nicht zehn, genau was er bekommen hatte, also seine Fähigkeit hatte ihm, also er hatte die Fähigkeit nur fünf, genau diese fünf zu bekommen. Alleluja, genau so Vers 17, genau so der mit den Zweien auch, er gewann weitere zwei, wieder zwei. Er hat zwei bekommen und er hat zwei bekommen, also zwei gewonnen. Alleluja. Vers 18, der aber das eine empfangen hatte, ging, grub in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Und nach langer Zeit kommt der Herr, diese Sklaven, und rechnet mit ihnen ab. Es wird eine Rechnung, eine Abrechnung geben, liebe Geschwister. Es wird eine Abrechnung geben. Vers 5, und der, die fünf Talente empfangen hatte, kam herbei und brachte weitere fünf Talente und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir übergeben? Siehe, ich habe weitere fünf Talente dazu gewonnen. Und sein Herr sprach zu ihm, gut, du, gute und treue Sklave, also treue Diener, über das Wenige, was du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Alleluja. Da kam auch der Herr bei, der die zwei Talente empfangen hatte und sagte, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben? Siehe, ich habe weitere zwei Talente dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, gut, du, gute und treue Sklave, über das Wenige, was du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Pause hier, liebe Geschwister. Letztes Mal, also am Freitag haben wir darüber geredet, ein Bruder sagt einfach, liebe Geschwister, habt ihr gerade was festgestellt? Die zwei haben genau die gleiche Belohnung bekommen, gleiche Kompliment, gleiche Kompliment. Liebe Geschwister, gleiche Kompliment. Einer hatte fünf, der andere hat zwei. Beide haben also einfach gehandelt und dazu was gewonnen. Fünf und zwei. Beide, liebe Geschwister, beide. Gut, du, gute und treue Sklave, über das Wenige, was du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Deswegen, liebe Geschwister, warum wollen wir, also derjenige, man sieht also ein Bruder, er hat die Gabe, er hat die Berufung vom Herrn bekommen. Er tut, man sieht also die Früchte einfach, man sieht also wie der Herr mit ihm geht, was der Herr überhaupt in seinem Leben tut. Statt, lieber Geschwister, statt einfach immer so als Vorbild zu nehmen, man nimmt ihn immer so einfach als Idol, als Götze. Man versucht, man will unbedingt haben, was er hat. Statt einfach immer so als Vorbild, wie er dem Herrn dient, das als Vorbild zu nehmen. Das heißt, okay, oh, man sieht, der Bruder geht mit dem Herrn. Oh, Herr, ich bleibe auch treu. Ich sehe, wie er treu mit dir ist. Dann werde ich, tue ich auch treu. Ich werde auch treu mit dir sein. Ich sehe einfach, dass es funktioniert. Weil du hast uns so ein Vorbild gegeben. Weil du hast so ein Vorbild gegeben. Du hast uns so ein Vorbild gegeben. Und wir sehen das. Wir sehen, dass es funktioniert. Statt das zu tun, vergötten wir einfach den Bruder. Vergötten wir diese Person. Oder hassen auch diese Person. Man versucht genau zu haben, was er hat. Oder man tut alles, ihn irgendwie zu überholen. Statt sich zu freuen, dass der Herr was tut. Und, liebe Geschwister, das ist gefährlich. Es ist gefährlich. In 2. Mose sieht man, wo der Herr einfach sagt, über Jitro hat Mosche gesagt, also Moses gesagt, du tust dich das Leben schwer. Holt einfach ein paar Männer. Ein paar Männer, die siehst du einfach über tausend, über hunderte und über, es gab da so Chefs von tausend, von hundert. Und also einfach Gruppen. Und der Herr gibt die Leute, die Menschen, die Fähigkeiten, nach einfach die Berufung. Nach dieser Berufung, nach einfach die Gabe oder die Mission, diese Berufung, was er gegeben hat. Wer hat dir überhaupt gesagt, also dass du 5 hast? Vielleicht hast du nur 1 Talent. Vielleicht hast du nur 2. Warum willst du unbedingt also die 5? Und dann, wenn du siehst, also wie der Herr überhaupt im Leben also von einem Bruder oder einer Schwester wird, dann bist du einfach, da gibt es Leute, die werden also sowas wie, die hassen den Bruder. Hassen diese Person. Ah, Joshua Maschir. Bitte, 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 hilf einfach deine Gemeinde. Hilf deine Gemeinde, Joshua Maschir. Und das ist genau das Problem. Das ist das Problem. Viele, viele, die werden da so blöd, ist da so eifersüchtig, also neidisch. Ja, warum er, wieso ich nicht? Warum, warum? Der Herr tut, wie er will. Aber am Ende, wenn man genau treu ist, er sagte, Joshua sagte zu diesen Sklaven, zu diesen Dienern, gut und treu. Du bist treu mit kleinen Dingen. Mit wenig bist du treu gewesen? Dann kriegst du vieles. Halleluja. Vers 22. Da kam auch der Herr bei, der die, also noch Vers 23, sind vier. Sein Herr, äh, genau, wo waren wir? Vers, ich glaube, Vers 24. Da kam auch der Herr bei, der das eine Talent empfangen hatte und sagte, Herr, ich kannte dich. Dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Da fürchtete ich mich, ging und verbat dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Er hat ihm das so einfach gegeben. Er sagt ganz klar, Herr, ich kannte dich. Also er sagt also, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Du bist so hart, meine Güte. Du bist so hart, Herr. Du bist so hart. Du erntest erst mal nicht, also wo du nicht gesät hast und du sammelst, wo du nicht. Also du bist so hart. Und nee, ich hab, und dann Vers 25. Da fürchtete ich mich, ging und verbat dein Talent in der Erde. Ich hab Angst gehabt. Ich hab Angst, weil ich kenne dich. Du hast, du, du, du kriegst einfach, du kriegst sowieso immer, was du willst. Du kriegst immer, was du willst. Also ich fürchte mich, hab ich das einfach, also in die Erde reingebracht. Vers 26, und sein Herr antwortete und sprach zu ihm, böse und faule Sklave. Ich hatte schon mal so eine Lehre über diese böse und faule Sklave. Böse und faule Diener. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest deshalb mein Geld den Bankern geben sollen und bei meiner Rückkehr hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Wir haben uns also die Frage gestellt, und ich stelle auch diese Frage hier an alle Geschwister, die das gerade hören. Was meint überhaupt unser Herr mit, du hättest deshalb mein Geld den Bankern geben sollen? Was sind diese Banker? Was bedeutet überhaupt diese Banker? Was heißt das? Wir haben uns also in unserem Hauskreis mit dieser Frage beschäftigt, haben geredet, wir haben gebetet, wir haben uns gefragt, Herr, bitte erklärt uns. Was ist das überhaupt, was sind die Banker? Weil, wenn man die Geschichte liest, also er hat also Talent bekommen, er hatte Angst also vor dem Herrn, vor seinem Herrn, er hatte Angst und hat das also einfach begraben. Und die Bibel sagt hier, dass er böse und faule Sklave ist. Böse und faule Diener. Er hätte zumindest, sogar wenn er sagt, okay, ich habe nur eins, ich habe Angst oder ich fürchte mich, ich kann vielleicht das nicht, blablabla, aber du hättest deshalb mein Geld den Bankern geben sollen. Gib das an die Banker. Und bei meiner Rückkehr hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Was sind diese Zinsen? Wer sind diese Banker? Wenn wir sehen, dass der Herr sagt, der Herr sagte, oh, in Matthäus Kapitel 9, betet, betet, dass, also meine Schafe, diese Leute, diese Menschenmenge, war ohne, die waren also wie Schafe, die keine Hirte haben. Die waren niedergeschlagen und müde. Und der Herr sagt, betet, die Ernte ist groß, aber betet, betet einfach, betet, dass der Herr, diese Ernte, der Herr einfach, Arbeiter schickt. Wer sind diese Banker? Liebe Geschwister, ich habe euch also von kurz am Anfang erzählt, wie das also auf einem Ackerland, wie das also auf einem Feld überhaupt funktionieren kann. Das ist Leute, die da auf dem Feld arbeiten, die arbeiten hart, die man sieht, also vor allem für die, die auf Kartoffeln oder keine Ahnung, oder wenn sie die Ernte machen, während sie arbeiten, die arbeiten hart, alle sehen, wow, 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 ich habe euch gesagt, da gibt es in dieser Zeit, die, die Wasser vielleicht also für sie holen, es gibt in dieser Zeit, die, wie sagt man das, also Essen vielleicht also vorbereiten, das gibt in dieser Zeit, Leute, die noch was andere tun, die sind auch Teil von der Arbeit. Aber wir sind so auf Leute, die direkt auf dem Feld fokussiert sind, aber vergessen, dass es noch viel zu tun gibt, viel, viel, viel zu tun gibt. Die Banker, dieser Diener war so faul und böse, er hatte etwas, statt das, warum böse? Böse einfach, weil was er da hatte, statt das also für andere zur Verfügung zu stellen, hat er das also für sich gehalten. Und faule einfach, weil er nicht damit gearbeitet hatte, er hat nichts getan, hat also einfach das eingegrabt und gewartet, nichts damit getan. Erstmal denkt er sich nur an sich, er ist nur auf sich fokussiert, er hat Angst, er ist böse, faul, will nichts tun, bleibt nur da, die Leute sind so, bleib, 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 nein, der Herr ist so, oh, ich habe Angst, oh, nein, 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 nein. Und das sind die, die meistens nur auf sich fokussiert sind, zeigen die Finger an die Leute, wollen immer die Besten sein, bleiben in ihrem Eck und tun nichts mit, was den Herrn gegeben hat. denken das, ja, nur die andere, ich, wir nicht, nein, was sie haben, behalten sie das nur für sich. Oh, Herr, die Banker, was passiert in der Bank? Man bringt sein Geld, legt das dort und dort in der Bank, das Geld wird einfach genommen und andere Leute nehmen das und arbeiten damit und dann gibt es Zinse drauf. Weil andere Leute damit gearbeitet haben. Andere nehmen das und verwenden das für andere, für verschiedene Aktivitäten und dann generieren sie Zinsen und so weiter. Die, die auf dem Feld sind, draußen gibt es also Leute, die vielleicht gespendet haben, weil den Herrn diese Leute Talente gegeben haben, Fähigkeiten gegeben haben, Arbeit gegeben haben, Geld gegeben haben, die Möglichkeit gegeben haben, zu spenden. Viele können das vielleicht nicht, aber diese Leute können spenden. Die können nicht persönlich direkt auf dem Feld sein, aber die haben die Fähigkeit, die Möglichkeit, diese Kapazität zu spenden, zum Beispiel. Man sieht bloß, also die, die auf dem Feld sind, bla, 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 aber es gibt andere, die auch beitragen, dazu beitragen, dass es vorwärts geht. Alleluia! Du bist also in irgendeinem Dorf, also irgendwo, versteckt hier in ganz Deutschland, in Deutschland oder in Österreich, also keine Ahnung wo, und hört zum Beispiel, ja, es gibt Geschwister, es gibt Leute, die irgendwo in Sibirien oder in Südafrika, keine Ahnung, in welchem Dschungel sind, und brauchen, sind also auf Missionen oder evangelisieren oder tun irgendwas und brauchen Unterstützung, aber du hast also diese Möglichkeit, du hast diese Fähigkeit bekommen, du hast diese Talente bekommen, warum versteckst du das nur für dich, statt das auch für andere Zwecke zur Verfügung zu stellen? Und diese anderen Zwecke, die nicht direkt mit dir verbunden sind, die nicht direkt, wo du nicht direkt agieren kannst, wo du nicht direkt etwas tust, sind einfach wie die Banker. Halleluja! Wenn du was unterstützt, obwohl du nicht direkt aktiv bist, du unterstützt etwas, sie sind also genauso wie diese Banker. Du hast Gebet, du hast die Fähigkeit, also für Menschen zu beten, du hast die Fähigkeit, also zu spenden, du hast die Fähigkeit, also etwas weiterzugeben, einen Traktatenflyer oder einen Vers oder irgendwas, also irgendwelche Leute zu geben. Oh! Oh! Waren sie, waren sie, Joshua, Maschia! Halleluja! Unser Herr sagt, das Wort sagt, Paulus hat gepflanzt, Paulus hat gepflanzt und Apollos hat das gegossen und der Herr lässt das also wachsen. Halleluja! Jeder hat etwas bekommen. Du hast etwas bekommen. Amen! Oh, Joshua, Maschia, ich preise deinen Namen, Herr, danke, Joshua, Maschia, für dein Wort. Das ist es. Liebe Geschwister, es gibt viel zu tun, es gibt viel zu tun, es gibt viel zu tun. Ich erinnere mich, also vor einigen Jahren, also letztes Jahr, das war im August, war ich in in Gabun. Ich war in Gabun und dann hatte ich also einen Bruder, einen Bruder besucht und der Bruder hat nämlich also von einer ihrer Mission, also eine Vision, er hat also Vision bekommen und dass er zum Beispiel sowas wie ein kleines Haus bauen, der Herr hat ihm gesagt, er soll also ein kleines Haus, also ein Haus bauen und da, wo sie sich also treffen werden, also kleine, wie sagt man das normal, also so eine französische Episcopie solidaire, wo einfach Essen, Kleidungen, Sachen, also verteilt werden. Ich war dort, ich zeige euch mal, also wie das, ich war dort, das ist bloß also der Anfang, es ist so, damals gewesen, hatten sie so ein kleines Haus, also das ist in Afrika, in Gabun, Zentralafrika, das ist der Weg, ich war dort, habe ich das also gefilmt, das war im August 2023, Halleluja, richtig, also wirklich, richtig klein angefangen, ich kann mich also erinnern, wie der Bruder sagt, es war so eine kleine Spende von ein paar Leute und dann haben wir zum Beispiel 500, wir hatten also mit 500 Euro angefangen, also das ist der Bruder da, Bruder Pierre, wir hatten also mit 500 angefangen und klein, wirklich richtig, richtig klein angefangen, also es gibt also einen Bereich, also wo die Leute sich, also wo Bibellehre geben wird und dann hier werden wir zum Beispiel essen, Kleidungen so sammeln, damit die armen Leute das Ganze einfach durch, also einfach kostenlos bekommen, kriegen können, also Leute, die nichts haben und so war sowas dieses Haus also damals und ich war wow, Bruder, das ist wirklich also toll, tolle Idee und ja, der Herr hat ihm immer das also im Herz gelegt, dass er sowas einfach tut und und dann durch spenden, kleine spenden, keine große, es geht nicht um ja, tausend, so viel Geld, nein, 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 aber was es geworden ist, also dieses Jahr, so ist dieses Haus geworden, so ist es geworden, genau, so ist es geworden, liebe Geschwister, schau mal, hier treffen sich also die Leute, es ist so diesen Raum und dann gibt es auch, wo sie, da sind Kleidungen, Leute, die schicken, also zum Beispiel Kleidungen, die sammeln die Kleidungen hier und können das also an Leute, die nichts haben, Schuhe und so weiter und können das, also es gibt auch Bücher da hinten, Wahnsinn, die können auch ab und zu mal kochen, so es gibt da so eine kleine Dusche, also, hier gibt es auch Essen, gibt auch Essen, Halleluja, genau, Kleidungen auch, es ist, es ist so, ich war, ich war so erstaunt, ich sagte, Bruder, Wahnsinn, der sagte, ja, es gibt viel zu tun, Kleinigkeiten, nicht unbedingt, es geht nicht darum, so viel, nur durch kleine Spende, Halleluja, ich möchte uns auch, ich möchte auch sagen, also, dass wir, wir werden auch in, es gibt also eine Mission, Anfang Mission im März in Kamerun und eine Schwester, eine Schwester hatte mich also letztes Mal angerufen und auch geteilt, also, dass der Herr ihr einfach in Herz gelegt hatte, dass wir, dass sie, sie hat uns, sie hat also einfach ein Grundstück gegeben, um ein Waisenhaus dort aufzubauen, Halleluja, das ist in, in Jahrhundi, 15 Kilometer weit weg, also von Jahrhundi, lieber Geschwister, es gibt viel zu tun, es gibt zu tun, es gibt, also, es ist wieder so ein kleines Waisenhaus, also für, für, für die, für die Kinder dort, das in Jahrhundi sein, und wir glauben mit dem, mit dem Herrn, mit, mit, mit unser Herr, Yahweh, werden wir das schaffen, Halleluja, wir wollen einfach tun, was unser Herr uns sagt, Amen, Halleluja, also man sieht einfach mit kleinen, kleinen Dingen, kleine Schritte, ich war, ich war im Kongo, hatten wir so ein Krankenhaus, es gibt so ein Krankenhaus dort, also von Penkozidien, Penkozidien baut, also das, das Krankenhaus, und da, wo die Leute einfach, kostenlos, kostenlos, behandelt werden, Halleluja, und dann war ich auch, in, 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 in Gabun, bauen sie genau dasselbe, die Maranaol, Penkozidien macht auch sowas, also mit Grandes Bleu, in Gabun, die bauen auch so ein Krankenhaus, sieht hier, es ist gerade, gerade auf, äh, im Aufbau, und ich glaube, das war damals, das war damals, ähm, August, aber heute gibt's, gibt's noch, ich glaube, ich hatte auch neue Bilder, davon gekriegt, ich weiß nicht, wo sie sind, also, es, es geht weiter, in Madagaskar, wieder so ein Krankenhaus gebaut, in Cameroon, wieder auch gebaut, äh, äh, es gibt viele Werke, es gibt viel, viel, viel zu tun, liebe Geschwister, viel zu tun, und jeder, der etwas, Talente, Fähigkeiten, von dem Herrn bekommen hat, jeder soll einfach seine, diese Fähigkeit, verwenden, und darum sage ich also immer, äh, Leute, solange wir, unser Herr am Ende, solange unser Herr gelobt wird, solange unser Herr gepriesen wird, solange die Menschen, sich an Joshua, Maschia binden, sagen wir einfach, Alleluja, ob, wenn Joshua sagt, macht einen Verein, für, für das, für diesen Zweck, macht das, macht das, so eine Internetseite, für diesen Zweck, und so, macht das, wenn der Herr sagt, okay, sammelt Kleidungen, sammelt es, bringt Essen also, und die Obdallose, bringt Essen so, macht das in irgendwo, tut einfach, und betet, dass die Geschwister, dass der Herr einfach, Geschwister schickt, für die Unterstützung, diese Vision, dieses Werk, am Ende, steht Joshua, also sowieso, in dem Werk, steht Joshua, oben, es geht nicht um die Menschen, bestimmte Menschen, zu erheben, bestimmte Menschen, zu loben, bestimmte Menschen, zu preisen, nein, es geht um Joshua, Maschia, zu erheben, es ist sein Werk, weil am Ende, sagt er, jedes Mal, wenn du das, also für den, getan hast, du hast das getan, ich war nackt, hast du mich, also bekleidet, ich war so, hast du mich, bekleidet, ich war so, hast du, hast du das, und das für mich, jedes Mal, wenn ihr das, also für einen, getan habt, habt ihr das, für mich getan, Halleluja, Halleluja, es gibt die, die zum Beispiel, ich glaube, also ich beende, Joshua, ich beende diese Lehre hier, also mit, mit diesen Worte von Joshua, Maschia, oh, Halleluja, Halleluja, Matthäus, Kapitel 25, Matthäus, Kapitel 25, Joshua sagt, im Vers 34, dann wird der König, zu denen, zu seinen Rechten sagen, komm, Herr, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das für euch, seit Grundlegung der Welt, vorbereitet ist, denn ich hatte Hunger, und ihr gab mir zu essen, ich hatte Durst, und ihr gab mir zu trinken, ich war ein Fremder, und ihr nahm mich auf, ich war nackt, und ihr begleitetet mich, ich war krank, und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis, und ihr kam zu mir, dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann seien wir dich hungrig und speisten, und speisten dich, und haben dir zu trinken gegeben, und wann seien wir dich als Fremden und nahmen dich auf, oder nackt und bekleideten dich, oder wann seien wir dich krank, oder im Gefängnis und kamen zu dir, und der König wird antworten und zu ihnen sprechen, Amen, ich sagte euch, jedes Mal, wenn ihr es für einen der kleinsten, diese meine Brüder getan habt, habt ihr es für mich getan. Halleluja. Ihr könnt das also selber auch lesen, und dann werdet ihr erfahren, was mit den Böcken passiert ist. Aber ich höre hier auf, ich sage, Herr, bitte hilf uns. Joshua, hilf deine Gemeinde, weil wir, weil die Gemeinde einfach vergessen hat, also was das Wichtigste ist. Die Gemeinde, die Christen, die wir sind, vergessen, was das Wichtigste ist. Statt dem Herrn zu folgen, das Wort zu tun, wie bekämpfen, kämpfe hier, kämpfe da, natürlich muss man also viele Dinge in der Gemeinde auch klären, damit wir zusammen gehen. Aber die Bibel sagt, die Bibel sagt einfach, die Bibel sagt, dass Joshua Maschia, unser Herr, der Allmächtige ist, und dass wir Joshua Maschia einfach folgen sollen. Herr, danke. Danke für dein Wort. Danke für alles, was du tust. Ich preise deinen Namen, Joshua Maschia. Ich erhebe deinen Namen, Herr. Herr, gib die Gemeinde die Kraft, weiterzugehen. Zurück zum Wort. Zurück zu Joshua Maschia. Amen.